Was treibt junge Mädchen dazu, das Gesetz zu übertreten? Ist es Abenteuerlust, Langeweile oder Not? Willkommen in unserem Country Club, Ladies. Das ist der letzte Stopp auf eurer Tour. Sie landen in Pridemore, wo sich die Tore für viele nie mehr öffnen. Pridemore. Mein Name ist Edna. Es gibt aber Mädchen, die mich Eddie nennen. Ich schätze das sehr. Nicht alle sind kriminell, was man von den Wärterinnen nicht behaupten kann. Einige versuchen, sich gegen die Demütigungen aufzulehnen. Deine Zeit wird verdoppelt. Du dreckige Nutte. Doch ihr Widerstand wird gebrochen. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Aber hier sind sie alle gleich. Ein Film von erschreckender Offenheit. Pridemore. Mit Wendy O'Williams. Ihr seid alle Arschlöcher. Pat S. Bring mir was, damit ich meinen Schuh abwischen kann. Linda Carroll. Du verflute Mörderin. Und Sibyl Denning als Wärterin Sutter. Pridemore. Das schonungslose Bild einer Jugend ohne Ausweg. Kontrolle. Totale Kontrolle. Die Schuhlöcher. Pridemore. Ja, 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 ja.